Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück bei Elex. Wir machen die jetzt platt. Aber wir nehmen mal die andere Waffe wieder. Machen wir mal ein bisschen mehr Schuss. Oh, vorher nehmen wir den hier mit. Wir müssen echt alles mitnehmen, was wir finden. Warte mal, machen wir mal einen Nahkampf. Nicht, dass ich da zu sehr rauskomme aus dem Nahkampf. Juhu. So, dann gönn dir mal was. Ein bisschen was schnabulieren hier. Abrennen damit. So, die beiden da oben, das könnte jetzt ein Problem werden. Das sind nämlich zwei. Die hauen einen dann gleich wieder so schnell weg. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Und sich hier mit einem Jetpack hochbeamen. Ein Wolfskraut. Hey. Okay, ich muss echt den Nahkampf wieder ein bisschen üben. Hey. Kachi kommt, glaube ich, klar. Besser als ich zumindest. Sag mal. Sag mal. Kachi kommt nicht klar. Wo ist Kachi? Kachi ist da unten. Alter, was sind das denn schon wieder für Viecher hier? Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Hier machte ich einfach alles fertig. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt machen die kleinen Viecher einen schon wieder fertig. Stürb. Okay, das geht. Naja. Im Nahkampf sind wir denen auf jeden Fall ordentlich unterlegen. Und geht down. Aber wir kriegen die Erfahrungspunkte. Hauptsache das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt selbst die kleinen Hühner machen dich jetzt schon wieder hier fertig, ne? Oder nicht? Aber sie sind tot. Oh, ich muss auch, glaube ich, echt mal versuchen, ein paar Sachen zu verkaufen. Und dass wir uns davon mal ordentlich was holen. Ah, sind ja auch schon wieder zwei. Ja, danke. Kamera. Kaji, machst du mal bitte was? Kaji macht einfach mal wieder gar nichts. Mann, diese Gefährten, ey. So, Nummer eins. Kaji, da ist noch einer. Oder hast du den schon down gemacht? Dann habe ich nichts gesagt. Aber da ist noch einer. Kaji. Ah, Kaya. Warum sage ich dir immer Kaji? Kaya. Kaya, warum greifst du den hier nicht an? Wo ist er denn? Nein. Irgendwann ausgewichen. So. Uh. Weg damit. Okay. Das waren gute Erfahrungspunkte. Was ist das da unten? Ein Karren. Und dahinter läuft schon wieder irgendein Raptor lang, ne? Nein. Oh, und wir werden angeriffen. Was? Von wem denn jetzt schon wieder? Oh, von so einer Ratte hier. Komm, die Ratte kriegen wir so. Attacke. Da hinten kämpft auch noch irgendwas. Okay, er ist down. Oh Gott, was hier schon wieder alles rumläuft. Was haben wir hier? Metallschrott. Spielzeugauto. Schwefelbrocken. Hier war irgendwo der Raptor, ne? Da ist er. Achtung. Okay. Aber bevor die mir jetzt im Rücken fallen, greife ich sie lieber an. Kati, hol dir den zweiten mal lieber. Vorsicht, Vorsicht. Wo ist der zweite? Da ist er. Ich erledige das. Ja, mach mal. Kati. Jetzt kommt da noch so eine Ratte. Ne, die Ratte war tot. Kommt sie da um? Juhu. Puh. Heiltrank. Und looten. Ich wollte jetzt nicht, dass die mir irgendwie in den Rücken fallen. Diese Schakale hier, die sind echt nervig dann. Okay, was haben wir hier? Raptor. Gib mir dein Zeugs. Und hier haben wir nochmal Elexit. Trockenfleisch, ein Messer. Das kann ich, glaube ich, alles verkaufen, ne? Messer und sowas. Aber ich brauche echt so eine Schrottverkaufen-Option, damit ich auch wirklich weiß, was Schrott ist und was nicht. Zigarettenstangen. Und da drüben sieht aus wie... Okay, es ist Biomüll. Dann haben wir wieder so eine Giftlache. Ne, dann gehen wir da mal nicht rein. Dann würde ich eher sagen, gehen wir hier mal über diese Brücke rüber und gucken uns da oben um. Und schauen mal, was wir da haben. Gelevelt haben wir jetzt aber nicht, ne? Kaji. Kaja, nicht Kaji. Warum sage ich immer Kaji? Kaja, Kaja. Gut, den Converter werden wir wahrscheinlich erstmal nicht besuchen. Da läuft schon wieder ein Küken rum. Oh, wie schön mit dem Regen gerade. Haben wir jetzt einen Regenbogen hier irgendwo, weil die Sonne erscheint? Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Ja, ne? Habe ich auch gerade gesagt, Kaji. Kaja. Kaji. Gut, Fühnchen. Komm mal her. Okay. Der war recht easy. Ein Beißer. So, was haben wir denn hier? Haben hier sich wieder Outlaws versteckt? Wegen diesen Fahrzeugen hier denke ich immer gleich an Outlaw. Oh, da. Plasma-Zellen. Sehr gut. Mitten auf dem Auto. Warum? Wurde hier gekämpft? Könnte gut sein, ne? Äh, ich sehe gerade keinen. Sonnenbrille. Okay. Können wir die aufsetzen? Zeig mal. Ist ja bestimmt ein Gegenstand hier, ne? Sonnenbrille. Ach, können wir nicht beides aufsetzen? Normale Gegenstände können leichter wahrgenommen werden. Yeah. Okay. Dann rennen wir jetzt mal ein bisschen mit Sonnenbrille rum. Ach, guck mal. Antitoxin. Ach, wie gut. Der zeigt mir dann die Gegenstände. Da ist auch noch einer. Aber nur normale Gegenstände. Aber gut. Da übersieht man auf jeden Fall ein bisschen weniger. Man darf sich aber nicht nur darauf verlassen. Äh, super. Und das ist alles giftig hier. Das heißt, hier können wir erst rein, wenn wir ordentliche Giftresistenz haben. Die wir jetzt noch nicht haben. Das haben wir ja im Keller gemerkt. Das ging zu schnell runter. Aber wir müssen da genau durch. Wenn wir einmal durchrennen. Komm, 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 komm. Ich will nur einmal schnell durchrennen. Ein paar Sachen nehmen wir uns mit. Und jetzt raus hier. Und er greift uns gleich an. Kaji kommt aber wieder. Wo ist das Hühnchen? Hühnchen? Da ist Hühnchen. Da oben war auch gerade was. Aber er kommt nicht. Okay, durchrennen geht klar. Oh, da könnten wir vielleicht noch was obendrauf haben. Da sind wieder so eine Sachen. Das will ich versuchen. Äh, guck mal, was da steht. Drogenkopf-Gags. Drogenkopf-Gags. Da liegt was. Was liegt denn hier? Eine Handgranate. Kaji, kommst du mit hoch oder wachst du hier unten? Sie kommt aber bestimmt... Ja, sie kommt mit. Okay. Äh, lass mich mal bitte durch hier. Nicht den Weg versperren. Okay. So weit, so gut. Da geht's noch weiter hoch. Aber hier ist ein Ausläufer. Gucken, ob wir da vorne irgendwas finden. Nö. Nur eine schöne Aussicht. Der ist noch intakt, der Converter, ne? Ah, dieses Gebäude. Ich würde da echt gerne rein schon. Wir brauchen unbedingt so eine Giftresistenz. Gut, dann gehen wir weiter hoch. Gehen wir hier durch. Okay, das klappt. Da liegt aber auch nix. Würde uns ja wahrscheinlich schon angezeigt werden. Da hinten haben wir ein Häuschen. Skeks. Windrad. Okay. Guck mich nur so ein bisschen um, um einfach mal zu checken, was hier so in der Nähe ist. Äh, weiter hoch geht's jetzt aber nicht. Warum konnten wir denn jetzt aber hier hin? Echt, für gar nix? Ah, warte mal, da könnte was sein. Oh, jetzt bin ich genau da drunter. Äh, versuchen wir es von hier nochmal. Ich warte mal eben, bis er aufgeladen ist, der Jetpack. Ganz ruhig. Äh, oben wird nicht mehr sein. Okay. Also vermute ich zumindest mal. Können wir denn da vorne noch hin? Gut, dann sind wir hier. Wo gehen wir jetzt lang? Ich würde ja fast versuchen, mal aufs Windrad zu kommen. Das werden wir aber nicht schaffen. Und dann sind da unten die Skek. Die machen uns bestimmt relativ schnell down. Oh, der Staudamm. Okay, wir müssen aber da lang. Äh, was aber bedeutet... Dann würde ich einfach mal da unten rauf. Und dann da vielleicht über diese Brücke und dann außenrum nach oben. Vielleicht können wir das Haus dann auch mitnehmen. Versuchen wir es mal. Soweit kommen wir nicht. Vorsicht, Skek. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Er hat uns nicht gesehen. Gut. Da oben ist das Haus. Setzerbrot. Oh Gott, wenn jetzt aber immer alles blau leuchtet, dann komme ich ja nie da an, wo ich hin will. Naja, doch. Wird schon irgendwann klappen. Dauert dann halt nur seine Zeit. Da an dem Windrad sieht es auch so aus, als wenn sich da jemand irgendwas gebaut hätte. Ich habe da gerade so ein Metallteil gesehen. Ich will gucken. Ein Haus ist da. Okay. Oh. Cool. Mit dem Regen auch gerade. Die weißen Zacken Magalans. Beeindruckend. Wofür sie wohl gebaut wurden. Die weißen Zacken Magalans. So nennen sie die Windräder also. Okay, wir kommen aber nicht rein. So, aber hier haben wir ein paar Sachen rumliegen. Zeig mal, was haben wir denn da? Trockenfleisch. Oh, da haben wir einen Audio-Lock. Überwachungsaufzeichnung 3. Zigarette. Alles verschmort verdammt. Die Reparatur wird lange dauern. Einige Stunden bleiben wir noch. Lebenserhaltende Systeme. Wenn die Bunker nicht laufen, wir hätten mehr für den Notfall vorbereiten müssen. Warum hat der Mist nicht funktioniert? Welcher Mist. Okay, irgendeine Überwachungsaufnahme. Vielleicht finden wir an anderen Windrädern weitere. Das war jetzt die Nummer 3. Aber eigentlich wollte ich da oben zu diesem Haus. Da oben war ein weißes Haus. Das würde ich mir ganz gerne angucken. Oh, guck mal, wie schön hier. Ist das Flux oder was haben wir hier? Schweißesnäsch. Welche Pflanzen hier so wachsen auf Magalaren? Da oben bei dem Haus ist doch bestimmt wieder jemand, ne? Kann man nicht vorstellen. Also Häuser sind ja hier echt rar. Guck mal. Guck mal, wen wir da wieder haben. Haben wir hier auch Fässer? Ne, wir haben keine Fässer. Ne, komm, komm. Das lassen wir mal sein. Mit Fässern hätte ich vielleicht gesagt, wir versuchen es mal ohne Fässer. Ne, danke. Es kommt jetzt aber keiner hinterher, ne? Gut, hier hinter müssen wir irgendwo lang. Wie kommen wir denn da lang? Guck mal, hier könnten wir dem Fluss vielleicht folgen. Warte mal, Feuer. Euch beiden könnten wir vielleicht noch mitnehmen. Äh, Kaya? Wo ist denn Kaya? Mann, wo ist die denn schon wieder? Wenn ich sie brauche, ist sie nicht da. Aua. Herr Kaya, selber schuld. Hey. Die hat denn der mich erwischt. Mann, hör doch auf. Ich soll gerade mal heiltrangen. Ah, das wird nix. Oh. Alles wegen, Kaya. Nur weil sie weg war. Ja, stirb, Kaya. Stirb. Hm. Wo war die denn? Wo war die denn auf einmal? Wo ist... Da kommt sie angedüst. Hii. Na? Machst du jetzt auch mal mit? Ich hol mir Falk danach wieder. So, Kaya, dann los. Schon besser? Den Kamm schlagen wir gemeinsam. Nice. Na also, Kaya. Geht doch. Äh. Sie macht schon ganz gut Damage mit ihrer komischen Klinge, ne? Wenn sie da die verflucht oder was auch immer sie da mit denen dann macht. Das zieht immer ganz gut hinterher ab mit ihren Buffs. Oh, da oben war was. Nur eine Ratte. Was liegt hier? Messer, Energie und... Nochmal Energie, oder? Oder Mana? Heil dran. Mana ist blau. Genau. Okay, komm, wir... Wir müssten eigentlich bald da sein. Oh, warum ist das hier alles verbrannt? Ist hier irgendwas abgestürzt? Da drüben die Bäume, die sind alle so verkohlt. Und hier haben wir eine alte Anlage, die... nicht mehr bewacht wird. Okay, dann können wir uns erstmal fröhlich durchluten. Eisenerz. Ah, guck mal hier. Regentenschwert. Können wir bestimmt noch nicht benutzen. Lassen wir gleich mal gucken. Guck mal, es sieht hier noch aus wie neu. Leute, warum guckt ihr nicht da drunter? Achso. Ich dachte, das wäre so eine Plane. Brennstoff, auch nicht schlecht. Hört da irgendwas? Ach, hier, die Mucke. Ach, da ist ja jemand. Ach, Herbert! Nee. Der sendet doch von hier, oder? Aber wir können uns bedienen. Elektroschrott. Wir nehmen erstmal. Elektroschrott. Propaganda. Ah, okay, das kennen wir, glaube ich, schon. Klebeband. Goldbrocken. Gut. Alter, er legt hier voll auf. Gut, mit Herbert, würde ich sagen, reden wir dann mal in der nächsten Runde. Gucken wir mal, was der Herbert uns zu erzählen hat. Hier in seiner Sendezentrale. Alter, wir sehen aus wie Neo. Jetzt fehlt nur noch der schwarze Mantel. Naja, und ein bisschen Haare auf den Kopf. Na gut, ihr Lieben. Ich will mich hier die ganze Zeit irgendwo hinstellen, wo wir guten Ausblick haben. Was ist denn da so verkohlt? Bin mal gespannt, was da mit auf sich hat. Dieser verkohlten... Wildnis da draußen. Sieht so aus, als wenn da irgendwas runtergekommen wäre. Hm. Alles klar. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann in der nächsten Runde wieder. Bei Elex. Bis denn. Bye, bye. Bye, bye.